Man sollte seine Katze vegan ernähren, natürlich heute ein kleiner Denkanstoß, nur das wird keine mega große Analyse, weil es einfach ein Thema ist, was mich nicht großartig interessiert, weil ich habe keine Katze und keine Haustiere, ich halte nichts von Haustierhaltung, deswegen hier nur ein ganz kurzer Hinweis für alle Menschen, die vegan sind oder vegan sein wollen und ihre Hund oder Katze, vor allem Katzen jetzt, dass man Hunde vegan ernähren kann, das weiß mittlerweile jeder glaube ich, weil es machen ja auch ganz ganz viele, aber hier soll es vor allem um die Katzen gehen, okay und das ist natürlich ein Feld, was sehr sehr kritisch ist, was sehr sehr problematisch ist, was bei den Menschen extremste Heuchelei hervorruft, also das ist ein extrem heikles Thema, ich kenne auch eigentlich kein einziges Video, was nicht komplett kaputt gedisliked wurde, wo wenn jemand erzählt, man soll irgendwie auch bei Hund, soll man Hund vegan ernähren oder Katze vegan ernähren, da wirst du absolut vernichtet dafür und du wirst vernichtet von der Heuchlergesellschaft und das ist eins der ekelhaftesten Themen eigentlich, die es gibt, wo man die Heuchelei der Menschen sehen kann, das ist einfach nur widerwärtig, was die Menschen dann von sich geben auf einmal, wie sie sich auf einmal einsetzen für die Tiere, kennt ihr das, das ist eins der ekelhaftesten Sachen überhaupt in unserer Gesellschaft, wie unfassbar da die Heuchelei hochkommt, hier natürlich vorweg mein großes Heuchlerbild, in Australien sind Milliarden Tiere verbrannt, die ganze Welt hat geweint und ihr Bestürzen ausgesprochen, während sie alle auf toten Tieren rumkauen, was null Sinn ergibt, unsere Heuchlergesellschaft, wie ihr wisst, hier auch ganz wichtig, mein Video über die Geschichte von Sonja Sae, die zerstört wurde förmlich, weil sie ihren Fuchs vegan ernährt hat und sie wurde zerstört von den Nicht-Veganern, also von den Omnis, die im Blut von Tieren baden, die jeden Tag, dreimal am Tag Geld dafür bezahlen, dass Tiere geschändet, vergewaltigt und ermordet werden, die haben sie angegriffen, weil sie ein Tierquäler ist, weil sie ihr Carnivoristier unnatürlich ernährt und hier unter dem Video werde ich euch mein großes Video über Natürlichkeit verlinken und da wird erklärt, warum das ein logischer Fehlschluss ist, etwas mit Natürlichkeit zu begründen, es ist völlig egal, was natürlich ist, das Einzige, was zählt, sind Health Outcomes, also das, was die Wissenschaft zeigt, was am besten ist und nicht, was du denkst oder was man schon immer gemacht hat, das große Video dazu unten verlinkt, deswegen, es ist völlig egal, was du denkst, was das Beste für eine Katze ist oder was du glaubst, das ist völlig irrelevant, das Einzige, was zählt, ist Wissenschaft, das ist das Einzige, was zählt, wie ich damals, ich erkläre es hier ganz kurz nochmal bei Menschen, sagen wir, der Mensch ist ein Carnivor, okay, der ist dazu gemacht, nur von Fleisch zu essen und jetzt kommt die Wissenschaft daher und prüft nach, welche, bei welcher Ernährung der Mensch am gesündesten ist und man stellt fest, es ist eine vegane Ernährung, hier, sowas kommt dann zum Beispiel raus und deswegen ist es völlig egal, was die Physiologie eines Menschen ist, was er früher gegessen hat, was er schon immer gegessen hat, wofür er gemacht ist, das spielt alles keine Rolle, das Einzige, was eine Rolle spielt, sind Health Outcomes, Okay, das ist das Einzige, was eine Rolle spielt, von daher ist das gleiche Thema bei den Katzen, bei den Katzen ist das nämlich so, dass da auch erzählt wird, man kann die nicht vegan ernähren, weil die sind Carnivore Tiere, die sind dafür gemacht, dass man sie mit Tierprodukten ernährt und wenn wir in die Wissenschaft reingucken und aufhören, das zu glauben, was irgendwer erzählt oder glaubt, deswegen und dann in die Wissenschaft geht und sich das mal anguckt, ich habe hier mal eine Cross-Sectional Study rausgesucht, die die Katzenbesitzer halt befragt hat, ihr ernährt eure Katzen zum Beispiel vegan, die anderen nicht vegan, aber die, die jetzt die Katzen vegan ernähren, wie sieht es aus mit den Katzen, wie geht es denen, wie ist der gesundheitliche Zustand, Well, was glaubt ihr, und das ist eine brandneue Studie, deswegen zeige ich genau die, aber es gibt viel, viel mehr Studien zu diesem Thema, also da hat man es nachgeprüft, anstatt etwas zu denken oder zu glauben, man hat es einfach nachgeprüft, was die Wahrheit ist, deswegen, was glaubt ihr, was hier rausgekommen ist in dieser Studie, wo man Menschen befragt hat, die ihre Katzen vegan ernähren, Well, es ist rausgekommen, dass die Katzen, die vegan ernährt werden, die haben weniger Leberprobleme, also es ist rausgekommen, dass die Katzen, die man vegan ernährt, es wird hier als Plant-Based dargestellt, aber wenn du mal genau in den Full-Text reinguckst, siehst du, Plant-Based bedeutet eine vegane Ernährung, also das exkludieren aller Tierprodukte, und was kommt dann dabei raus, dabei kommt raus, dass Tiere, die man vegan ernährt, sind gesünder als Tiere, die man als Katzen, die man nicht vegan ernährt, also mit Tierprodukten, und zwar haben die vegan ernährten Katzen weniger Leberprobleme, weniger Magen-Darm-Probleme, weniger Körperfett, also die haben eine bessere Körperzusammensetzung und haben gleich lange Lebenserwartungen, die leben genauso lange wie nicht-vegan ernährte Katzen, also wahrscheinlich 99% aller Katzen auf der Welt, und ganz genau das meine ich, wenn ich von Natürlichkeit rede, natürlich diese Studie jetzt, ist natürlich eine Cross-Sectionale Questionnaire-Study, kannst du sagen, aber trotzdem ist das ein Hinweis für etwas, okay, du kannst dir die anderen Studien noch angucken, dass das Beste, was man machen kann, ist, indem man sich viele Studien zu diesem Thema anguckt und sich dann ein Bild davon macht, aber das fand ich einfach zu gut, was hier steht, und vor allem, weil die aktuell ist, die ist von Januar 2021, also ganz aktuell, ist nicht 20, 30 Jahre alt, und das ist einfach der Punkt, das ist einfach der Punkt von ich glaube und ich denke und gegenüber Wissenschaft, und wer mehr über dieses Thema wissen will, darum geht es eigentlich in diesem Video, wer mehr Studien wissen will und wie die Studien, was in den Studien drinsteht, dass die Studien besprochen werden, dem verlinke ich zwei Videos von Vegan Gains, das war aktuelles Thema bei dem, und hier könnt ihr mehr Wissenschaft finden, ja, noch mehr Wissenschaft, und der spricht hier über die Studien, also jeder, der wissen will, was dort drinsteht, oder nicht, Studien nicht lesen kann, da guckt sich das Video an, und das Folgevideo ist in zwei Stück, und hier bespricht er diese Studien, diese Wissenschaft, okay, und der Vegan Gains hat selber Hunde und Katzen, und er näht ja auch vegan natürlich, und der zeigt ihnen die Kamera fast in jedem Stream, und die sind halt, ne, mega lebendig und gesund, und die Katze sieht wirklich ziemlich krass aus, ne, selten so, so eine perfekte Katze gesehen, ne, wie ihr Fell aussieht, wie das am Glänzen ist, die ist einfach nur zu krass, und auf jeden Fall ist hier auch noch das, das nächste Thema, also eins der wichtigsten Punkte, ne, das ich am Anfang gesagt habe, ist das Thema mit Heuchelei, wie unfassbar Menschen die Krallen ausfahren oder das Messer in die Hand nehmen, wenn die hören, jemand ernährt Hund oder Katze vegan, ne, wie die da mit Tierleid ankommen, du, das ist Animal Abuse, also du, du quälst deine Katze, sagen die, die nicht nur für Qualen, sondern auch für die Vergewaltigung und Ermordung von Tieren jeden Tag Geld bezahlen, ne, das muss man sich mal reinziehen, wie so jemand überhaupt es wagen kann, seinen Mund aufzumachen, ergibt keinen Sinn, ne, die größten Tierschänder und Tiermörder auf dem Planeten, äh, beschweren sich bei Veganern, die eine Katze vegan ernähren, denn da geht es um ein Tier und die lassen die ganze Zeit Tiere umbringen, baden im Blut der Tiere und beschweren sich bei Veganern, die ihre Katze vegan ernähren, ne, das ist, äh, die ekelhafteste Heuchelei, die es eigentlich nur gibt, also die täuschen Gefühle vor, um gut dazustehen vor anderen, oh, ich lasse mich für die Katze ein, für diese fremde Katze, die ich überhaupt nicht kenne, für die werde ich mich jetzt einsetzen und so tun, als würde es mich scheren, ne, während man auf einem Steak rumkaut, ne, oder die Muttermilch von einer Kuh trinkt, ne, für dass das Kalb ermordet wird und die Kuh danach auch natürlich, wenn die zu Ende geschändet ist und keine Milch mehr gibt, aber, ne, äh, absolut an Ekelhaftigkeit nicht mehr zu überbieten, an Rattenhaftigkeit, das ist so widerwärtig, das ist, äh, finde ich keine Worte dafür, für diese Menschen, aber, das ist, äh, erzähl mal einem, äh, einer Person, dass man eine Katze vegan ernährt, da wird ihr den Hals dafür umdrehen, ähm, und, äh, was ich hier noch ansprechen wollte, auch ganz, ganz wichtig ist, ja, hier der Punkt natürlich, ne, der damals älteste Hund der Welt, der im Guinness Buch der Rekorde stand, war ein vegan ernährter Hund, ne, Bramble, 27 Jahre geworden, nur mal so ganz kurz nebenbei und, ähm, das, was ich hier noch erwähnt haben wollte, ist natürlich das mit, wenn Veganer, Veganer, muss ich jetzt in Anführungsstrichen setzen, ne, wenn ein Veganer seine Katze oder sein Hund halt, sein Haustier, egal welches Haustier, nicht vegan ernährt, dann ist er natürlich kein Veganer, ich hoffe, das ist auch jedem klar, man muss sich das mal vorstellen, man hat eine Katze da, okay, und man ist Veganer, also hat man verstanden, du darfst nicht für Tierleid bezahlen, ne, du darfst kein Geld bezahlen wie ein Omni, der jeden Tag die Tiere, äh, Schennen vergewaltigen und ermorden lässt, und man geht hin, kauft sich eine Katze und füttert die Katze eine nicht-vegane Ernährung, also eine Tierprodukternährung, das heißt, du gehst hin und bezahlst jeden Tag für die Ermordung von Tieren, ganz genau hier geht es in diesem Video darum, dass hier eine sehr, sehr große Veganer, also eine Fake-Veganerin, wie wir das auch im deutschsprachigen Bereich haben, ne, die größten, ne, Fake-Veganer, die, ähm, angeben, die sind vegan, die natürlich nicht vegan sind, ne, weiß ja auch jeder, und, äh, hier zum Beispiel haben wir im amerikanischsprachigen Bereich ganz genau dasselbe, ne, diese ganzen Fake-Veganer, und, äh, die hier zum Beispiel, diese Fake-Veganerin, die füttert ihre, ihren Haustieren, füttert sie Tierprodukte, und dann zeigt sie im Video sowas hier, und, ähm, da gibt es noch ekelhaftere Bilder, wo die wirklich zeigt hier, ich, äh, das Futter habe ich gekauft, die kauft Tiere, tote Tiere, Stücke von toten Tieren, kauft die, ne, dafür müssen Tiere umgebracht werden, und sie nennt sich vegan, also sie macht das gleiche wie ein Omni, nur so, sie isst das nicht selber, sie kauft diese Tierprodukte und füttert sie, äh, ihren Haustieren, weil du machst eins zu eins dasselbe wie ein Omni, der kein Haustier hat, eins zu eins dasselbe, ja, und man muss sich das mal vorstellen, an was ich auch niemals gedacht habe, ist, du hast eine Katze, die fütterst du jetzt, und du, dir sind halt Tiere wichtig, du willst kein Tierleid verursachen, jetzt hast du eine Katze, und diese Katze fütterst du tote Tiere, das heißt, du bezahlst dafür, dass Tiere getötet werden, well, du hast also eine Katze, für die du die ganze Zeit Tiere töten lässt, weil du die Katze, das ist ein Tier, am Leben erhalten willst, das ergibt keinen Sinn, du tötest ja, sagen wir, die Katze ist eine, ein Tier pro Woche, sagen wir, okay, und jetzt lässt du ein Tier pro Woche ermorden und zerstückeln, damit ein Tier leben kann, ja, well, schon noch zwei Wochen hast du mehr Tiere umgebracht, als du hältst, als du versucht hast zu bewahren, also am Leben zu erhalten, das ergibt keinen Sinn, ne, und du musst ja, da sterben doch in einem Katzenleben, wirst so hunderte Tiere ermorden lassen, um dieses eine Tier aufrechtzuerhalten, ne, das ergibt ja keinen Sinn, da machst du eins zu eins dasselbe wie ein Omni, ne, deswegen kann man eine Katze nur vegan ernähren, ne, alles andere ergibt keinen Sinn, du machst ganz genau das gleiche wie ein Omni, und die zeigt hier, wie sie diese zerstückelten Tiere ihren Haustieren füttert, und nennt sich Veganerin, das, das muss man sich mal reinziehen, und da taucht halt, ne, das ist, ne, das ist natürlich die, die übelste Heuchelei, die übelste kognitive Dissonanz, und, ne, wie man sich da belügen muss und sich irgendwas ausdenken muss, ja, aber diese, meine Katze, ja, die ist ja ein Karnivor, und das ist natürlich, das zu essen, ne, es ist erstmal völlig egal, was natürlich ist, ne, das einzige, was zählt, ist Wissenschaft, und, äh, es, auf der anderen Seite, ne, will man irgendwie nicht verstehen, dass du Tiere ermorden lässt, um dein Tier aufrechtzuerhalten, das ergibt doch keinen Sinn, du willst ja ganz genau dieses Tierleben bewahren, aber, ne, um es zu bewahren, lässt du andere Tiere töten, das ergibt doch keinen Sinn, wie bewahrst du dann, dann, äh, das Tierleben, wenn du Tierleben vernichten lässt, auf der anderen Seite, das ergibt doch gar keinen Sinn, sowas zu machen, ne, das ist, also anders gesagt, wer ein Tier, ein Haustier hat, ein nicht-veganes Haustier, also kein herbivores Haustier hat, wie zum Beispiel ein Pferd oder sowas, der muss das natürlich vegan ernähren, ansonsten würde es keinen Sinn ergeben, warum du Veganer bist, oder Veganismus betreibst, ergibt ja keinen Sinn, ne, du lässt die ganze Zeit Tiere ermorden, für dein Tier, wie ergibt so etwas Sinn, was für ein Veganer bist du dann, na, natürlich bist du kein Veganer, weiß ja auch jeder, aber, ne, wie man sich da belügen muss, wirklich, um sein Haustier nicht vegan zu ernähren, als Veganer, ne, verstößt gegen die Hauptregel des Veganismus, ja, Tierleid zu beenden, ne, dagegen verstößt du, indem du Tierleid, jeden Tag für Tierleid bezahlst, mit deinem Geld, ne, du bist, du bist ja der Grund dafür, dass diese Industrie, die diese Sachen herstellt, damit die aufrechterhalten bleibt, ne, also du bist ein Anti-Veganer, du bist, du bist ein Omni, du bist dafür verantwortlich, dass es die Tierproduktindustrie gibt, als Veganer, ja, versteht ihr das, das ist so unfassbar krank, einfach nur, und, ja, man darf sich da halt, bei diesem Thema Katzenernährung, darf man eine Katze vegan ernähren oder nicht, darf man sich halt nicht von Gefühlen leiten lassen, ja, ich denke, es ist falsch, die Katze ist ein Carnivor und die essen nun mal keinen Salat oder was auch immer, es gibt ganz bestimmte Formulas für Katzen, da ist alles drin, was die Katze braucht und das funktioniert, es gibt im deutschsprachigen Bereich allerlei Katzenbesitzer, also veganer Katzenbesitzer, die ihre Katzen vegan ernähren und von daher spielt es keine Rolle, was du denkst oder ich glaube, wenn man eine Katze vegan ernährt, ist das Tierleid und die Katze leidet und so, ist völlig egal, was du glaubst, ne, deine, das was du glaubst, deine subjektive Empfindung, die ist völlig irrelevant, okay, es zählt nur das, was funktioniert, also Fakten, also Objektivität, funktioniert es, man ernährt eine Katze vegan, funktioniert es, irgendwie schreit die vor Schmerzen oder stirbt die nach ein paar Tagen, kriegt die gesundheitliche Probleme, ne, genau das Gegenteil passiert, wie man auch damals schon bei den Hunden festgestellt hat, deswegen, ne, also, es ist völlig egal, was du denkst oder was du glaubst, es zählt nur die Wissenschaft, nur das, was funktioniert, von daher hier so ein ganz wichtiges Thema, ne, also, keiner, der sein Tier mit Tierprodukten ernährt, ist Veganer, das sollte so und so klar sein, weil dann hat man irgend das Elementarste, äh, im Veganismus überhaupt nicht verstanden, ne, und wenn du denkst, man kann keine Katze vegan ernähren, dann hast du keine Katze zu erhalten, dann gib sie weg, dann muss halt jemand, wird jemand anderes für die, äh, Schändung von Tieren bezahlen, um die Katze aufrecht zu erhalten, ne, was keinen Sinn ergibt, sobald du mehr als ein Tier töten lässt für deine Katze, ne, hast du ja schon ein Net-Negative, ne, also, du machst schon mehr Tierleid, als du, äh, gerettet hast oder versuchst zu bewahren, was keinen Sinn ergibt, ne, was ein absoluter Widerspruch in sich ist, also, willst du jetzt Tierleben bewahren oder nicht, ja, wie kannst du denn dann tote Tiere kaufen für dein Tier, und das ergibt keinen Sinn, deswegen hier nochmal für alle normalen Menschen, die wirklich, ne, geistig gesund sind und kluge Menschen sind und gute Menschen sind, einfach mal versuchen von dieser Ich-denke-und-ich-glaube-Mentalität wegzukommen, ne, ich denke und ich glaube, das ist schlecht für eine Katze, äh, sie vegan zu ernähren, sondern geh mal objektiv an diese Sache, ne, das ergibt erstens keinen Sinn, tote Tiere an die Katze zu verfüttern und zweitens zählt nur Wissenschaft, ne, und nicht das, was du denkst oder glaubst. Von daher, wenn ihr darüber sprechen wollt, kommt gern auf meinen veganen Server, äh, da ist natürlich auch jeder Nicht-Veganer willkommen, da könnt ihr auch drüber reden, da sind auch Menschen, die ihre Katzen vegan ernähren, natürlich absolut korrekt, äh, weil die halt Veganer sind, ne, und wissen, okay, wenn ich jetzt eine Katze habe, dann, äh, muss ich die natürlich vegan ernähren, alles andere gibt keinen Sinn, die haben halt ein bisschen nachgedacht, ne, mit ihrem Verstand, und von daher, äh, Leute, gebt euch die zwei Videos von Vegan Gains, sind auf Englisch natürlich, aber da werden die ganzen Studien besprochen, ja. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, und, äh, kommt auch zu den veganen Discord-Servern, könnt mich gern unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet, und, äh, checkt die Videos in der Videobeschreibung aus, Peace. Peace. Und jetzt geht's.